Wenn das Fahrrad ist 30, dann verlierst du schon viel. Hey Radsportfans, habt ihr Bock auf einen Blick hinter die Kulisse? Krombacher 0.0, dann folgt mir. Cycling ist das heute wirklich... Es geht wirklich mehr und mehr technisch. Die Kulisse, die die Kulisse und die Kulisse sind sehr unterschiedlich. Und mein Job ist, dass wir mit unseren Sponsoren arbeiten, um auf Wind-Tunnel-Test, um auf Träck-Test, um auf Aero-Test. Die Kulisse, die sie benutzen, ist auf die maximale Weise benutzt, und um die Materialien schnell wie möglich zu machen. Die Kulisse, die die Kulisse und die Kulisse sind sehr wichtig. Wir machen viel Materialien. Wir haben Aero-Helmets, wir testieren Aero-Kulisse, wir testieren fünf verschiedene Prototypen für die Kulisse, für die DT. Und auch die Kulisse und die Kulisse. Die Kulisse sind sehr wichtig. Wir haben auch die Kulisse und die Kulisse. Wir haben auch die Kulisse und die Kulisse. Die Kulisse und die Kulisse sind sehr wichtig. Und jetzt haben wir eine neue Sponsoren, mit Dynamik Biker. Und ich bin wirklich optimistisch, weil wir ein paar Ideen mit dem Speedwaxen haben, aber diese kann ich nicht sagen. So, Wind-Tunnel-Testung ist, dass wir herausfinden, was die schnellste Position ist. Die Kulisse müssen die Kulisse sein, wenn wir ein paar Biker nicht so ume. Und dann kommen wir auf. Bei der Kulisse und die Kulisse. Denn es gibt auch die Kulisse und die Kulisse. Wir sind ein paar Biker nicht so, wenn wir, wenn wir auf den Kulisse strechen, wenn wir an, die Kulisse sind sehr wichtig. Aber wir müssen kuchen, Weil wir noch für einen Kulisse haben, wenn wir auf der Kulisse auf der Kulisse und die Kulisse nehmen wollen, dann müssen wir verabschieden, wir die Kulisse nicht feststellen. Weil wir sind so sehr schnell, die Position, die Hüpfung, die Knie, die Knie, die Knie, die Knie, die man bestätigte, kann man wirklich optimalen Kraft produzieren. Wenn man das selbst macht und die Position ist falsch, wenn man zu schützt oder zu schützt, dann ist man sicher nicht in einem guten Weg. Ich empfehlen mich sicher zu schützt auf Bike Fittung. Das ist der erste Punkt. Für die normalen Räder, würde ich sagen, dass der wichtigste Punkt ist, dass der Räder zu sich über die Räder zu beschäftigen. Denn wenn der Räder ist 30, dann wird der Räder schon sehr viel verletzt. Du musst auch die Räder zu folgen, die auf der Räder auf der Räder auf der Räder zu verleten. Denn diese ist der Räder, die Räder zu verleten. Und auch der Räder auf der Räder. Es ist sehr schwierig, dass dieser Räder oder dieser Räder oder dieser Räder oder dieser Räder ist für Sie das beste. Ich verletze, dass der Räder zu spezialisten Räder zu verleten, dass der Räder zu verleten, weil sie alle wiederher zu verleten. Der Räder und die Räder zu verleten. Die Räder zu verleten. Der Räder und die Räder zu verleten.